Hi, ich bin Dennis Moschito. Ich bin eigentlich Filmschauspieler. Was habe ich hier bei Fine Voices zu suchen? Die Geschichte hat ein bisschen was mit Kino zu tun. Ja, eigentlich eher mit Heimkino. Das Gerät hier, das war der stolze Besitz meines Vaters. Das ist ein Super-8-Projektor. Und bevor ich das Kino für mich entdeckt habe, haben wir uns zu Hause Filme angeschaut. Und Filme, die meine Eltern aufgenommen haben. Das waren Urlaubsfilme, aber auch gekaufte Filme. Dick und Doof, Western. Bei Super-8 muss man sagen, das Ganze ist ohne Ton. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich mit meiner Schwester vor der Leinwand saß und wir diese tonlosen Filme live vertont haben. Vielleicht ist da meine Liebe zum Hörspiel entstanden. Ich weiß es nicht. Aber ich erinnere mich, ich hatte auch unzählige Kassetten, unterschiedlichste Sachen. Stimmen haben mich immer fasziniert. Und deshalb bin ich froh, hier bei Fine Voices dabei zu sein. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei den Hörbüchern, die ich euch hier vorlesen werde. Fine Voices. Große Stimmen. Lesen. Große Stimmen.